Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. The Infected sieht super aus. Der Winter ist gekommen. Ja, schnell war er da, plötzlich ist er da. Was tun wir dagegen? Was tun wir damit? Was machen wir? Wir bauen weiter. Heute am Turm, am Tourarm. Wie spielt er? Mittagszeit. Das ist der gute Zeitpunkt. Um anzufangen. So, wir laufen mal rauf. Wobei, wenn wir rauflaufen, da könnten wir uns eigentlich den Wagen voller Holz auch gleich mitnehmen. Wo ist denn das Wegelchen? Da steht er. Da steht er. Oh, ein Brett. So, wir räumen mal weg. Bevor wir da weiter tun, wir müssen unbedingt wegräumen. So, Türchen auf, Türchen auf. Ja. So, Ausdauer, 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 Türchen auf. So, da ist viel drin, das ist gut. So, Brettchen, Stöckchen haben wir da. Das legen wir vorerst mal hier ab. Dann haben wir zwei Brettchen. Oh, okay, da ist alles voll mit Brettchen schon. Das kommt da rein und das kommt da rein. Hier haben wir noch ein wenig Fetten. Da haben wir keinen Platz mehr für die Fetten. Das könnte man umwandeln. Das ist eine schöne Winterarbeit. Und da würde ich mal sagen, wir machen den halben Stack. Legen wir mal hier her. So. Also, auf geht's. Ach komm. Ich kann es ja nicht lassen. Ich kann es ja nicht lassen. So, das ganze Kopfhörer muss hier raus. Oh, ein Kobalt. Ein Kobalt. So, und dann gehen wir zum Turm und bauen weiter. Möchtest du nichts im Ofen auflegen, Neues? Doch, endlich schon. So, und hier haben wir ein Kobalt. Moment, ein Spärchen. Hallo? 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 Bessie, die gute Dame, die Güte ist die. Ist die mir nachgelaufen? Ist die mir tatsächlich nachgelaufen? Bam. So, Kobalt. Dann haben wir noch ein wenig Kopfer über. Wie sieht es denn oben eigentlich mit den Styroam-Sachen auf? Dann würde ich es dort gleich einwerfen. Da ist alles fertig gebaut. Hm. Ich könnte natürlich noch jetzt, wenn ich sage, platzierbar. Hier ist der Raum. Nämlich das Essen. Strom. Ja, da könnten wir, da könnten wir, da könnten wir tatsächlich so. Ich muss mal sagen, wir stehen das hierher und ein Wölfchen, ein Wölfchen. Unser Fleischlieferant ist da. So, und die vier. Und wir haben da fünf draus. Genau. So. Da werfen wir mal Kopfer, Kopfer und Kopfer. So. Wölfchen. Da gehört unbedingt noch ein Dach da auf. So. Mit dem Turm hätte ich vor, diese und nächste Folge, dass wir das finalisieren. Ja, aber der Unterschied zwischen dem, was wir immer vorhaben und was wir dann umsetzen können. Ja, ja, ja. So, wir müssen hier auflegen. So, wir müssen hier auflegen. Was haben wir denn? Äh, Kopfer, wenig, wenig. So, dann nehmen wir da ein bisschen Kobalt. So, bitte. Was bist du für ein wilder Wolf? Ein Wildwolf. So, also wieder hinein. So, Kobalt. Und dann würde ich sagen, wir nehmen ein wenig Alu. So, bringen wir mal hier auf. Also, Alu. Habe ich immer irgendwie das Gefühl, Alu haben wir zu wenig. Das Gefühl habe ich immer. So, dann haben wir hier. Dann fehlen noch drei. Dann würde ich sagen, wir können zum Beispiel aber auch die drauflegen. So, bevor die verraubten. So, dann haben wir da eins und zwei und, äh, ach komm. Super, oder? So, und ein Eisen. Jawoll. So, das Fell passt da nicht rein. Knochen passt ein. Brettchen nehmen wir mit. So, jetzt geht es aber los. Jetzt da. Endlich. So, wir nehmen uns hier ein paar Brettchen. Vom Gewicht her schauen wir nur kurz. Dass eh alles passt. Ja. Nehmen wir da noch zwei. Super. So, und mit dem Wagen holen wir uns so eine schöne Portion Holz. Somit raufnehmen auf die Spitze unseres Turms. Ach, das wird schön. Ich bin schon sehr gespannt, wann das mit dem Update kommt. Äußerst überraschend. So, wird das dann plötzlich wieder da sein. Angekündigt wurde es ja schon vor echt langer Zeit. Und natürlich habe ich mir überlegt, machen wir hier weiter, machen wir hier nicht weiter. Die eine Überlegung war, machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Damals habe ich euch ja gefragt, da habt ihr gesagt, ja, mach ruhig, mach ruhig. Waren die Kommentare zumindest, alles gut. Daher machen wir auch ruhig. Natürlich könnten wir jetzt sagen, ja, aber schon langsam. Aber ehrlich gesagt, ich würde gerne zumindest den Turm und noch ein paar andere Projekte, den Turm und noch ein paar andere Projekte schon auch fertig kriegen. So, nachdem die Axt eingegangen ist, naja, fahren wir halt so rauf. Wir brauchen ein Steinchen. Wenn wir irgendwo mal ein Steinchen sehen, mich erinnern bitte. So, da sind wir. Vielleicht sollten wir das hier herstellen. So, stellen wir uns da mal rauf. Also, wir brauchen hier oben Balken. Ja, klingt komisch, aber da oben kommen noch Balken drauf. So. Balken. Riskant auf den Geländern herumzuspringen. So, dann nehmen wir uns mal da drei. Eins, zwei. So, und zum nächsten. So, und zwar hier. Komm ich nicht hin. Ich würde gerne hin. Nein. Verdammt. So, dann hierher. Bis zur Sonne bauen wir. Also, nicht ganz so weit, aber es wird schon weit werden. Oh, wie klein da alles schon wirkt. So. Also, wir haben hier den Treppenaufgang. Hier kommen wir also rauf. So, wir brauchen hier oben. Hier mal die Balken. Also. Ein Balken hier. So, ein Balken. Moment. Ja, da war er kurz, da war er kurz. Nö, nö, nö. Hier. So, ein Balken hier. Und den Fahnen müssen wir wieder wegstellen. So. Und ein Balken hier. So soll er robust aussehen. Er soll doch robust werden. Na ja, na ja. Schauen wir mal. So, Fensterchen. Da. Wobei, ich bin der Meinung, keine Fensterchen. Wir müssen den Magen wieder mal wegstellen. Wieder mal. So. Hier auf bestätigen. So, dann haben wir. Die nächsten zwei Fensterchenwände sind hier. So, wäre an sich da. Wobei das sehr groß ist oben und ich nicht sicher bin, ob ich das überhaupt so haben will. So. So. So, und hier Türrahmen. Ich glaube, ich möchte mehr Türrahmen. Ich möchte das sehr offen hier gestalten, diesen Teil. Ich glaube, so ist mal gut. Kommen wir auf einen Seite rauf. Und am Fenster auch noch. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. So, und da kommt noch so eine Treppe her. So. So kommt die her. Super. So, da sind zwei Hölzer. Toll. So, der Balken. Das ist mal gut. So, dann werden wir da mal schön mit den Hölzern vorgehen. So, super. So, dann hier. So. Schön noch die Bretter aufbrauchen. So, die Stämme aufbrauchen. So, dann hier drei. Da, 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 da. Wenn das so vorbereitet ist, ist das super. Wir haben ja gesagt, wir bauen ausschließlich gemeinsam. Ich baue nichts alleine. Gar nichts. Und daran halten wir uns weiterhin. So, wenn ich dazukomme, wie gesagt, dann bereite ich natürlich ein paar Ressourcen, Blöcke vor oder was auch immer. Also Blöcke, die, die Gestelle hier zum Beispiel. Ansonsten, ne, nichts wird alleine gebaut. So. So, sehr gut. So, da mal rein. Oder fehlt schon ein Brettchen? So. Da, 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 da. So. So, und hier. So, dann sollte ich noch ein Brettchen holen. Na, 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 na. Brettchen, Brettchen, Brettchen. Okay, wir brauchen Brettchen. So, mit dem Wagen. Uh, da ist der Teich. So. Dann fahren wir mal mit dem Wagen rüber. Wir brauchen Brettchen. Brettchen! So, den Wagen kann man mal beladen, wieder. So. Da, 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 da. So, und jetzt holen wir uns gleich die Brettchen. Nein, nein, zwei noch. Oh, da hinten ist eine Gorka, die will ich. So, und haben wir nicht gesagt, wenn wir mal ein Steinchen finden und ein Stöckchen, dann bauen wir uns eine Fackel, eine Axt. So, so und so. Da liegt, glaube ich, ein Stöckchen. Nö, es war der Schatten, der Schatten war es. Gut. So, dann holen wir uns jetzt noch Brettchen. Ja. So, meine Lieben. Würde ich mal sagen, super. Dann fahren wir mal vor. Na, 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 na. Oh, eine Gorka, noch eine Gorka. Super. So, da hängen wir das Fleisch schnell auf. Das eine vom Wolf, was wir bekommen haben. So, das gute Wolfsfleisch. So. Und weiter geht's. Und schon wieder geht's hinauf. Hinauf bis zu den Wolken. Naja, ganz so hoch ist es ja nicht. Aber schon ganz okay. So. Da würde ich sagen, stemmen wieder ab. Geht nicht. Geht nicht. Verdammt. Da. So. Brettchen. 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 Und. Brettchen ist drin. Brettchen ist drin. Super. So, dann brauchen wir hier nur noch das da. Da, da, da. Da, da, da. Super. So, jetzt haben wir hier. Also, da wird's jetzt, da wird's jetzt komplex. Maserung geht immer in diese Richtung. In diese. Deswegen auch hier. So. Das ist wichtig. Dieses eine Teil. Weil da drauf kommt gleich noch eine Treppe. Da, 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 da. So. Die kommt jetzt da drauf. Treppe, Treppe. Hier. So. So. So, vier Stämme. Die holen wir uns natürlich sofort. Te, te, te. Te, te, te. Te, te, te. So. Einer noch. Ups. Das ist zu viel. Das ist zu viel. So. Jetzt kommen wir zum Thema Balken. So. Auf diesen Balken einen draufsetzen. Da wollen wir einen draufsetzen. So, auf diesen Balken. Dann auf diesen Balken und auf Nö. Ja, gleich da. Hier. Super. So, dann die Wände. So. Fensterchen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Innen. Fensterchen, Fensterchen. 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 Nein, ich glaube, das ist falsch. Das glaube ich ist falsch. So, wir stellen es da mal her. Ich nehme es mal weg. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt ist es etwas Falsches, aber sicherheitshalber. So, dann haben wir hier noch Fensterchen. Mal zurückgehen. Ist das jetzt so richtig? Ich bin mir da echt nicht sicher. Nö, ist nicht so richtig. So will ich es. Genau. So will ich es. Ach, dieser ist auch falsch. Oh mein Gott. Oh nein, die schöne Schokolade. Hier. Ja, das muss raus. Nehmen wir mal auf. So. Hier, die Wand. Nö. Ja. Gleich besser. So, da haben wir noch zwei. Na, nur noch einen. Verdammt, verdammt. So, dann müssen wir da zugreifen. So, schauen wir noch mal. Ist sicherheitshalber. Aber ich glaube, alle anderen sind jetzt richtig gesetzt. Genau, so. Dann. Ein Fensterchen, Wand. Eine Wand mit Fenster. Eine Wand mit Fenster. So, dann mache ich es halt von außen. Ja, ist richtig. So, die ist gut. Die ist richtig. Jetzt ist es auch richtig. Super. Kann ich dann nirgends abstellen. Nirgends abstellen. Nirgends abstellen. Überall im Weg. Überall. So. Dann machen wir mal da ein. So. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Ach, total cool. So. So, mit denen. Schnell darauf. So, und schon wieder keine Brettchen mehr. Wahnsinn, der Brettchenverbrauch. Gut, dass wir welche vorproduziert haben. Heftig, oder? Heftig. Heftig großer Brettchenverbrauch. So, holen wir Brettchen. Ich würde sagen, wir holen Brettchen. So. Mal hier. Da ist drinnen. Da ist drinnen. Da auch. So. Dann da noch drei. Na, 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 na. So, ich glaube. Oh, nein. Ah, jetzt ist der Wagen oben. Egal. So, wir haben ein Steinchen. Noch kein Stöckchen. Dann irgendwann wird es eine Axt werden. Ja, du könntest dir eine von drinnen holen. Da legen wir gleich neu auf, wenn wir schon da haben. Ich bin so froh, dass es noch keine Fallschaden gibt. Das wäre jetzt definitiv tödlich gewesen. Na gut. So lange wollen wir auch nicht warten. So, dann nehmen wir mal hier mit. Da, super. 72. Los geht's. Oh, Stöckchen. So. Einmal, zweimal. Steinachst. Yeah. Sehr gut. So, ich bin der Meinung, das wächst langsam da unten. Da unten, da oben. Ganz gut zusammen. Super. Wahnsinn. Es geht noch immer weiter. Der Weg wird uns weiterführen. So, dann haben wir hier. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. So, und da auch. So, sehr schön. So, jetzt kommen wir zu den nächsten Stämmen. Weil hier der Balken. Der ist schon drauf. Der fehlt noch. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. So, und einer kommt da noch ein. So, nämlich hier. Super. Wahnsinn, oder? Es ist toll. So, hier wird jetzt die Holzdecke platziert. So, Maserung ist in diese Richtung. So, und so. So. Sehr schön. So, dann bauen wir das mal fertig. Da können wir ja draufsteigen. Genau. Da, 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 da. Wir brauchen neun. Neun Brettchen. Oh, ist das hoch hier? Ist das hoch hier? Da, 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 da. So. Dann haben wir die dreimal. Dann holen wir uns die nächsten. Ups. Da spielt die Maus gerade kurz nicht mit. So, Brettchen haben wir auch noch ein paar da. So. De, 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 de. De, 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 de. So. Und Deckel drauf. Ja. So, und wie ihr euch gedacht habt, kommt hier. Ja, das ist später. Später. Also, wenn wir so weit sind, später. So, kommt das hier drauf. So. 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 Super, oder? Natürlich ist das super. So. So. Und? Nein. Wahnsinn, oder? Total toll. So. Ein paar Brettchen rein. Oh. Ein paar Brettchen rein. Wahnsinn, oder? Ich will den Wagen runterkriegen. So. Mal den da raufstellen. So. So, dann holen wir das nächste. So, die Gestelle rauf. Ich weiß nicht, ein paar Stunden werden wir noch Tageslicht haben. Das ist gut. So brauchen wir auch zum Bauen ganz gut hier. Also, das kommt uns ganz gelegen. Ein schöner Turm, ein schöner Turm, ein schöner Turm. Die Welt steht still. So. So, dann weiter runter. Na. Dann bringen wir noch einen rauf. Am liebsten würde ich eigentlich alle gleich übersiedeln. So, jetzt gemeinsam mit euch. Aber ich will euch auch nicht wehlen auf die Folgerspanne. Nö, 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 nö. So. Nehmen wir gleich den nächsten mit. Ist das cool? Ist das cool? Oh ja. So. Dann können wir gleich den mit raufnehmen. Na, 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 na. Oh, wie toll. So. So, dann brauchen wir noch Lichter. Das wollen wir auch machen. Da habe ich aber etwas gewartet, beziehungsweise wollte ich warten wegen, bis es Nacht wird. So. So, wahrscheinlich brauchen wir diese ganzen Gestelle hier sowieso nicht mehr, in diesem Ausmaß und Umfang. So, weil viel höher wird es ja nicht mehr. So. So, dann kommt der mit rauf. Wenn der andere nichts will. So. Haben wir den da. Na, na notfalls, wenn wir die Gestelle dann zerstören, wenn wir die tatsächlich nicht mehr brauchen hier. So, da können wir noch zwei rein. So, hier. Da, 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 da. Ach so. Sorry. So, alle eingebaut. Sehr gut. Zweige Gestelle haben wir noch. Die bringen wir noch nach oben. Warmen aus. Verdammt. Und dann der letzte. Der letzte Gestell. So. Deckel drauf. Gestelle sind oben. So. Apropos oben. Schauen wir noch mal. So. Wenn wir uns da vorher stehen. Wow. Wow, meine Freunde. Wow. Kann man da sagen. Wow. Das tun wir aus dem Experimenten auch immer. So. Super. Wir nehmen den Wagen. Da steht er. So. So. Wow. Also, wir brauchen Brettchen. Und wir brauchen Holz. Wir brauchen viel Holz wieder. Oh, Brettchen. Ja, viel Brettchen. Wir nehmen ja wieder zwei Gestelle von dem Brettchen mit. Sag mal, haben wir in diesem Turm nicht? Oh, es schneit. Es schneit, es schneit. Jetzt ist es aber soweit. So, dann versuchen wir uns noch einen Baum zu krallen. Einen dicken und einen dünnen. Und dann kannst du ruhig schneiden. So. Solange kein Blizzard kommt. Wunderbar. So. Und hier. So, und eine kleine noch dazu. Das geht schneller dann nun. So. Und die nehmen wir natürlich mit nach oben. Heftiger. Heftiges Projekt. Heftiges Projekt. Heftiges Projektzeichen. So. Ich muss schauen, ob da nicht irgendwo dazwischen noch so Ständer stehen. So, Moment. Abstellen. Fagen abstellen. Bitte abstellen. Ja, danke. Danke. So, ob da nicht in irgendeiner Zwischenetage noch irgendwo Brettchenständer. Das sind keine Brettchenständer mehr. Wahnsinn. Wo sind die ganzen Brettchen? Alles verbaut. Alles abgebaut. Alles weg. Das ist jetzt weg. Weg. So, na gut. So. Dann kommst du noch mal bis ganz nach oben. Hoch hinaus. So. Super. Wird es jetzt dunkler? Ich glaube. Schon langsam geht die Sonne unter. Wollen wir mal schauen. Ja. Das darf es. So. Da auch einwerfen. Da, 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 da. Da, 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 da. Super. So. Ich glaube, zwei haben wir noch. Jawohl. So, die zwei kommen da rein. Wagen kommt jetzt mit. Wo ist denn da? Da ist es. So. Auf geht's. So. Super. So, dann lassen wir mal da stehen. Brettchen haben wir noch ein paar dabei. Das schmeißen wir am Boden. Nein. Das schmeißen wir am Boden. Ja, bestätigen. Das schmeißen wir am Boden. Ja, bestätigen. So. Jetzt möchte ich zu den Extraktoren einmal laufen. Okay. Ich habe geglaubt, nämlich die sind noch auf Stein eingestellt. Und dann hätten wir jetzt echt viel, echt viel Stein gehabt. So. Das darf da herum vibrieren. Die Kohle werfen wir raus. Aber bald kommt der Blizzard, dann brauchst du das. So. Super. Ja, sieht schon ganz gut aus. Wir fahren einmal noch, eine Fuhrer noch nach oben in dieser Folge. So. Nö. Die zwei lege ich da noch dazu. So. Also, Wagen einladen. Und ja, wir machen das gleich mit diesem Holz hier. So. Weil, bevor es dunkel wird, da brauchen wir einen schönen Schlafplatz. So. Da könnte man eigentlich eines nachfüllen. So. Auf nach oben. Dann haben wir den Deckel oben nämlich fertig gebaut. Vorher nehmen wir uns noch ein wenig Eisen mit. Das gute Eisen. So. Und zwar brauchen wir definitiv eins, zwei, ja, drei und vier. Die brauchen wir mal auf jeden Fall. Dann brauchen wir 40 von ihm. Er sind 45, aber wir werden das aushalten vom Gewicht. Ja, geht's noch? So. Dann würden wir vier von diesen Lampen und später dann die Fischlampen noch. Sehr gut. So. Ah, ja, das kommt bei mir hier raus. Jetzt habe ich deinen Ohrwurm. So, auf geht's. So. Genau. So, wir laufen rauf. Natürlich mit den Colts. Da ist wieder so ein Magic-Vogel. So. Irgendwas fehlt. Was fehlt denn? Was fehlt denn? Der Dorst. Oh, wir haben kein Wasser mehr mit. Ist ja interessant. So, wir essen das alles mal auf. So, wir werden das mit dem Dorst aushalten müssen. Hätte ich mir nicht gedacht, dass man Dorst, ich dachte Proteine oder so fehlen jetzt. Natürlich, die fehlen doch immer. So. So. Und gleich sehen wir es mit dem Deckel oben. So, einmal drei noch. Ja, haben wir nur zwei. Hm, was machen wir jetzt? So. Da die zwei. Also, wir brauchen eine Fischlampe. Produzieren. Platzierbar. Möbel. Fisch. So, eine Fischlampe hier. Eine Fischlampe hier. So, eine Fischlampe hier. Und eine Fischlampe hier. So. Da kommt jetzt her. Möbel, aber die platzieren wir einfach mal nur so. Die da. Dann machen wir mal vier Stück von denen. Die stellen wir da mal her. Und nachher, wenn wir sie dann verschieben, verschieben, verschieben. So. Das ist wegen den Fliegern, dass da die Flieger nicht drinnen landen. So, in unserem Türmchen. Oh ja, 100 Watt. So. Super. So. Wir brauchen den Wagen. Ach, ich fähr den Wagen vor. So. Na dann, auf. Au. So. Super. Einen Wagen stellen wir da mal ab. Schön. So. Einen Stamm möchte ich mitnehmen. Ich möchte nämlich nur den Deckel da oben jetzt mal fertig haben. So. Wahnsinn. Wir stehen da vor der Tür und schon landet die Möwe vor uns. So. Wir brauchen vier Eisenbahnen und acht Kopferbahnen. Vier Eisenbahnen. Acht Kopferbahnen. Kopferbahnen. So. Vier Eisenbahnen. Acht Kopferbahnen. So. Jetzt haben wir genug. Wie spielt ist es? Passt. Da hätten wir uns gleich Wasser auch holen können. Aber alles okay. So. Mit dem einen Stamm mal schön rauflaufen. Ja. Toll. Und durchfallen. Fischöl machen wir uns dann natürlich noch später. So. Da ist alles drinnen. So. Dann hier. Alles drin hier. So. Und die letzte Fischlampe mit Öl. So. Drei Fischöl. Äh. Vier Fischöl. Das. Äh. Bei Gegenständen sonstiges. Hier Fischöl. Rohr, Fisch und Glas. Damit haben wir vielleicht im Moment ein Problem. Wobei wir haben. Häääh. Machen wir das noch. In der aktuellen Folge. Also. Wir haben doch. Wir haben doch da oben. In den Kühlschränken. In den diversen. Oh. Endlich Wasser. So. Trinken. So. In den diversen Kühlschränken gibt es doch. Na sag ich doch. Rohr, Fisch. Na komm. Oh Gott. So. Rohr, Fisch. Rohr, Fisch. So. So. Und wenn ich mich jetzt da herstehe. An den Chemietisch. Und jetzt sage. Ähm. Ja okay. Vorher natürlich Glas. So. Eins, zwei, drei, vier. Viermal Glas. Ist super. Was für ein Spaß. Viermal Glas. So. Eins. Ähm. Zwei. Okay. Machen wir nochmal. So. Gegenstände. Sonstiges. Fischöl. Ander Werkbank. Ander Werkbank. Ander Lattel. So. Eins. So. Dann haben wir da. Hier. Yeah. So. So. Fischöl. Yeah. Fischöl. Fischöl. Es ist der Fuchs. Aber auf den habe ich jetzt echt keine Lust. Weil wir müssen Fischöl transportieren. Gegen die Flieger. Also nicht gegen Flieger an sich. Aber damit die Flieger uns da nicht reinfliegen. So. Hier. Und aufdrehen. So. Hier. Und aufdrehen. Hier. Moment. Und aufdrehen. So. Und hier. Da ist es. Und aufdrehen. Yeah. So. Jetzt gehen wir da mal runter. Mit Anlauf. Geronimo. Ui. 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 Ja. Aufs Glastach. Da rutscht man immer runter. Schön vom Glastach. Sieht doch gut aus. Gegen Flieger. Gegen Flieger. Ideal. So meine Lieben. Das war es für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Und wir sehen uns natürlich wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.